so ich bin jetzt hier in düsseldorf am schulhof von der grundschule das ist echt nett da ist was abgesperrt und ihr wisst wahrscheinlich schon warum wir haben hier ein wundervolles primärnest der asiatischen nüsse da ist noch auch beflug und ich gucke mir das ding an und denkt so da ist aber jetzt nicht mehr so viel los und dann gucke ich mich hier mal um und gehe dann einmal hier an dem wundervollen baum gucke ich hoch und was haben wir da das sekundärnest bedeutet ich habe heute hier ein bisschen was zu tun mit den zwei nestern und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020